Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Sie haben einen Anruf Hier ist Ivan Locke Wir haben hier ein Problem Du bist für das Ganze verantwortlich, aber du hast beschlossen, nicht dabei zu sein Meine Entscheidung steht fest Hey Dad, kommst du bald? Sean, es ist was passiert, du musst jetzt ganz stark sein Es wird eine lange Nacht Uns drohen Verluste in Höhe von 100 Millionen Dollar Wenn irgendwas... Diese Entscheidung steht und da drücke ich mich jetzt nicht davor Wie lange brauchst du noch? Ich muss das klären Du bist gefeuert Bitte, 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 bitte Wo bist du jetzt? Ich bin da 23 gewesen Lauf, lauf, los Wundersteh dich mir zu drohen Sie sagen, es gäbe Komplikationen Es geht alles vor die Hunde Ich tue, was getan werden muss Hast du den Verstand? Halte dich an den Plan Bist du noch dran? Nein, nein, nein Hey Dad, kommst du nach Hause? Hey Dad, kommst du nach Hause? Ja, ich bin da Tänk'in